So Leute, da sind wir wieder zurück hier bei FIFA. Der Passo und ich haben das letzte Spiel leider verloren. Macht man leider nichts. Egal, wir haben immer noch ein paar Spiele offen und uns fehlen noch drei kleine Pünktchen bis zum Aufstecken. Das werden wir irgendwie schon die Saison noch schaffen hier, aufzusteigen. Auf jeden Fall. Mein Pro hat wieder einen Punkt dazu gekriegt. Ich bin jetzt auf 81. Der Passo ist auf 78 hoch. Das war sehr gut. Ja, und wir fangen direkt wieder an. Genau, holen wir uns jetzt die nächsten drei Punkte. Vielleicht werden jetzt wieder solche wie Dortmunds Killer oder so kommen. We love chicken. Aber auch mit Borussia Dortmund. Ja. Oh, komm, Jonas. Dann nehmt euer gelbes Trikot, dann ist er gut. Ich nehme mal heute ausnahmsweise mal im Blau-Blau gestreift. Ja, haben wir nicht noch ein anderes Trikot? Wir haben noch zwei, aber das sieht scheiße aus und das auch. Also, das passt nicht so gut wegen dem schwarzen Messer. Ja, schon richtig. Nimm doch jetzt einfach das andere, Mann. Ja, genau, danke. Ich weiß nicht, aber das Verschluss hat das gecheckt. Das war wohl wieder ganz schwer. Aber die Trikots sehen auch aus mit blauen, mit weißen Hosen. Auf jeden Fall. Das sieht so aus, so ein bisschen Ärmel entnämmte und ein bisschen gelb. Ja, eigentlich. Also, ich finde es auch cool, so ist schon mal kontrastreich, so blaues T-Shirt, äh, ja, blaues T-Shirt, Trikot und orangenschrift. Sieht schon mal geil aus. Das gefällt mir. Alter, diese kleinen Mini-Spieler, weißt du, da kommst du ja nicht hinterher, ey. Es ist auch so eine Distanz zu probieren, was ich... Ja, aber das Problem ist, die sind so schnell und wenn nicht, du kommst dann gut durch. Und das Problem ist, die haben auch noch einen guten Schuss, die meisten. Die mögen Hühnchen. Laufpass so. Ja, Junge, zieh. Ihr habt einmal berührt. Einmal. Hast du das gesehen? Du läufst gegen den und der, der läuft einfach weiter. Scheißegal. Ja, passiert nicht. Du kannst einen Volos haben, wie du willst. Da passiert einfach gar nichts. Warum schießt ihr nach hinten und nicht in deinen Lauf? Ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit schon das Problem, ne? Und das geht jetzt wieder anscheinend richtig los mit diesen Scheißproblemen. Weil siehst du ja, die spielen sich hier einen zurechten, wir können gar nichts machen. Dann haben die ja noch so ein Glück, weißt du? Das gibt's nicht. Ein Eigentum. Das ist nicht wahr. Das gibt es einfach. Der Ball wäre nicht mit reingegangen aus der Position. Aber das meine ich, der Spieler, der kriegt den an die Brust, aber macht nichts, weißt du? Das sind wieder diese Scheiß-Bugs, die jetzt wieder kommen. Da kriege ich wieder Kotze, weißt du, was? Und ich meine, du spielst du eigentlich nicht. und ich versuch's. Und ich glaube, der einfach seinen Kopf hinhält. Nein, den musst du wieder annehmen. Dass du mehr als 200 Millionen Mal preisdreht, den kann ich dann auch nicht im Endeffekt. schon wieder so gehabt, weißt du? Guck dir den. Der findest du. Du bist zum... Na. Ey, können die sich nicht anders wehren, als mit diesen Scheiß-Mini-Spielern? Ey, können die meisten nicht, dass das mal jetzt heft. Ja, Mann, der hätte platzierter sein müssen. Guck mal, anstatt der hoch geht zum Kopfball, nein, einfach drunter her, weißt du? Und ich drücke nach vorne, dann pass du dich nach oben. Dann krieg ich wieder Kotze. Ey, was ist das denn? Der kommt dadurch zwei Spieler durch, ich ohne Probleme, weißt du? Das ist einfach, ernst mal unlogisch, zweitens total scheiße. Ich meine, das ist so. Dass sie sich... Ich meine, wie behindert, sorry, wenn ich jetzt mal so ausfällig werde, aber wie behindert müssen manche Arschgeigen sein, inzwischen scheiß Huren so einen kleinen Piss-Viechern zu spielen. Ich will eine Finte, mach drücke X, was macht er das? Und einfach mal munter in die Mitte ab. Und jetzt ist mein Spieler nicht, der schneller ist als die Leute. Weil Gott sei Dank hat er den gut geholt. Der Tor mit seinen Annahmen immer, ne? Der lässt die Bände immer schnell klatschen. Und die Spieler vorne können nicht mal einen passspielen. Und guck mal, der bleibt schon wieder im Ballbesitz. Was ist das denn? Ja, scheiße. Ja, genau, der Kleine kriegt da noch den Kopfball. Weißt du, was ich meine? Das ist total behindert. Das ist unlogisch, vor allem, ist das. Da steht ein riesengroßer Typ hinter dem, der springt hoch und der Ball geht durch seinen Kopf und kriegt den, der Kleine kriegt den, weißt du? Na! Ich. Der ist schon wieder so ein kleiner, weißt du? Kannst du echt nur so ausspielen? Ja, ist so. Kompass hoch! Oh, Mann! Warum bin ich nicht noch mal dran mit Kompass-Facken? Shit, Alter, das Herz. Was für Absalz! Absalz, ey. Das gibt's doch nicht, weil ich meine Frisse. Besser kriegst du so ein Scheiß-Lack-Tor, wie da weißt du? Und welchen Spaß die du die ganze Zeit nachher am Ausspielen bist, ja? So, die können ohne diese Minispieler kein Spielspiel. Nur würde mich mal interessieren. Es gibt so viele, die können ja nicht mal richtig spielen. Die haben nur einfach ein, zweimal Glück, dass sie einmal durchkommen, sozusagen, ja? Die machen das Tor. Und du selber versuchst, das Tor zu schießen, das ist aber nicht hin, ja? Weil deine Spieler einfach mal zu blöd dafür sind. Ich glaube, wie hier. Der Pass war viel länger, als der da gespielt hat. Ich meine, ich lasse ja nicht umsonst die X-Taste gedrückt. Ja, schon richtig. Aber wenn du dann nur kurz die X-Taste drückst, guck mal, ich hab einen Pass gemacht und keine Finte. Vor allem, angeblich sollen ja die, also laut, äh, anzeigen, sollen die großen Spieler stärker sein. Warum können die kleinen Spieler, die großen, ich sag mal fast fetten Spieler, im Gegensatz zu denen, umhauen? Einfach mal so. Das check ich nicht. Du kannst laufen, wie du willst, du kriegst die einfach nicht. Boah, schon hier so ein Kattkopfball, ey. Kann doch nicht sein. Ja, das... Letztend haben wir da meinen Spieler, sag ich mal, ein bisschen defensiver drin, weil der hat wenigstens ein bisschen was drauf. Ja, klar. Also, das finde ich scheiße, dass die Spieler wechseln. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, weil sonst würden nur Ronaldinhos spielen, also. Ronaldinhos. 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 Nein, die Spieler, die wechseln fast nur die Namen, die haben alle sonst fast den gleichen, äh, die gleichen Werte. Die Standardspieler. Da bin dann halt, äh, drei Stürmer von denen, so mini Stürmer, die, sag ich mal, 79, 80 haben, mit einer Geschwindigkeit von 90 da vorne drin hast. Die blowe, die, sag ich mal, die, sag ich mal, die, sag ich mal, nicht mal, die, sag ich mal, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.